Hallo und willkommen zurück bei Rates of the Spur Shadow Tactics oder auch umgedreht. Ich weiß nicht, ihr habt jetzt das Schreitkid rausgehört. Schreit hier geladen, Kid raus. Da unten, ich weiß nicht, was haben die Nachbarn dem Kid wieder den Zugang gegeben oder... Egal. Ähm... ... ... Wie kann die Osten? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mit ihm ist das? Geht was? Was ist das? Wie kann ich da? Halt sie hin? Hey! Hey! Was sind die Geschichte? Ach so! Die Sie werden eigentlich bestimmt auch schon mal verlauf des Spiels weiter mitbleiben. Also, wie gesagt, ich lasse mir Zeit über die... Ich werde mir hier noch durchrushen. Ich werde hier auch so viel wie möglich Gegner zu eliminieren. Oh, okay. Hey! You only seen the decir It's a good one Ready Come on! Have you ready! See it? Ja, das war natürlich jetzt nicht so. Ähm. Irgendwie, ähm, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. P fundier好像 da Ich bin ein bisschen überraschend. Es ist ein bisschen eine Surprise, oder? Ich bin der Melodie. Ich bin jetzt. Ja. Däme. Es ist noch eine Zeit. Jetzt? Ja. Ja. Es ist noch nicht. Was ist das? Wo ist es? Wo ist es? Was ist das? Es ist noch nicht fertig. Bitte. Das hat geklappt. Ja. Das war jetzt gar nicht geplant. Oh, ich wollte habe ich das in die Pfanne auf. Oh, das hier der Schöne. Das hier der Schöne. Das ist gut. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Ich wollte es mir vor. Was ist das mit dem? Okay, jetzt habe ich fast alle Offiziere. Ich habe gewalt Madrid. Ich hatte die Pfanne. Ich war die Pfanne. Hier ist das mit der Pfanne. Ich habe die Pfanne. Ich werde das mit der Pfanne. Ich werde das mit der Pfanne zu nehmen. Das ist das. Ich habe die Pfanne zu nehmen. Ich werde das mit der Pfanne nachschlägen. Oh, ich werde das mit dem Kasten. Und jetzt mache ich mich zu? Ich werde das mit dem Kasten. Ah stimmt. Und dann kommt das halt noch mal auf diese paar Wörtchen. Die muss ich so ein bisschen unerfeilig. Und sonst kann ich gar nicht da drinnen den den Samo-Wall muss. Okay. Ist der noch nicht so? Da ist der Wohlser. Ich kann sie jetzt glaube ich nicht so. Halt. Wohnt er. Ich will keine Arbeit dazu dafür. Eine Felsin. Ich bin nur davon aus. Das ist der Wohlser. Wohnt er. Wohnt er. Der Wohlser. Was auch einять? Ja. Ich hab' diese... Warum schwebe da mit rein? Was ist denn da? Komm' ich hin? Na ja, da. Ich hoffe, das ist ein Schiff. Wie sieht? Wie sieht das hier mit dem... ...machen im Ausfluss? Ja, nicht zurecht. Du, da hinten. Ich will... Boah, das sind wieder diese Doppelungen, oder? Ja, das ist gar nicht zu tun. Gut. Da, da hinten. I Keine Verdächtung ist kein Schiff. Na ja! Wie sieht die Missions aus? Das war jetzt ein Offizier. Im Regie? Das sind drei Leute, und daher läuft der immer im Kreis. Das wird schwer. Ich muss die da sowieso nicht irgendwie weggekriegen. Dieser Holzladen, der da sein Holz da spürt. Ich höre eben, was der von Gesicht hat. Der ist beschäftigt und den Zivilisten lassen. Ja, das ist natürlich gut, aber so, ja. Das ist nicht so einfach. Jetzt wird's geil. Jetzt wird's wirklich geil, sag ich mal. Pssst. Das ist ja nicht so einfach. Ich könnte mit dem... ...denn... 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 Schöne dazu, bevor da mit mir irgendwas passiert. Eingott braucht die Lagerung und die Türballanz mit dem Mann. Nein, du bist selber nicht. Wenn sie auf die Schöne tragen, das heißt nicht, Tricky, Tricky, Tricky! Zum Einzelnen darf's ja auch nicht sein, ne? Lacht er sich dann über so die Statue und dann kann man die Arten. Okay. Das macht sich quasi mehr jährlich. Ich hab mich in den Beeren verwickelt. Dann hab ich schon mal wirklich die Haltung zu tun, ne? Das sind die Wetter und die Luft. Ich könnte auch erst mal die Sache hier legen, aber jetzt ist die Frage... Ich hab eine Idee. Eine Idee, die wieder zum Scheitern verurteilt ist. Eine Idee, die müsste klappen. Eine Idee. Augen назад. Einen steht nicht, will man bitte. Jetzt steh ein wenig. Die Statue muss immer grüß Gigli. Lass die Statue bieten. Man muss jetzt die Statue treffend forschen. Der Körper schnitzel. Ganz kurz. Achtung! Achtung! Schau mal oben! Ach, das hat doch nicht geklappt. Gut, dann machen wir jetzt mal einen schnellen Auflauf. So. Jetzt geht's schnell. Ich hätte das mal zweimal gemacht. Oh nein, so. Ich muss weiter speichern, damit ich nicht mehr zuerst. Vorsinn, Dek- Hm? Wir hören jetzt mal den, mit dem Hintergrund, mit dem hier, mit dem hier, mit dem Leichen liegen jetzt. Oh, ich hoffe, die sieht mich denn so aus, aber nicht. Und da musst du wieder etwas anderes sagen. Und da musst du wieder etwas anderes sagen. So. Was ist das? Was ist das? Bist du in Deku? Den Typen, der da im Kreis geht's? Ja. Ich bin ausgeschaltet. Huch. 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 Die ZIX-Effekt. Die ZIX-Effekte. Masno, das ist so. Das ist so. Was nen Teams mit Daik hats wie gesagt. Ich will den Krug und packen. Ich schieße dich an. Ich schieße die Maske weg. Das sperhiert erstmal an. Was ist? Die Kommandos. Das Spiel, was ich ja kenne, was ich damit vergleiche oder was sie gehen? Was schon ewig ist, ist, denke ich einfach, dass sich hier einfach stillt. Das ist ein Problem, was ich hier machen kann, ja. Ich guck mal hier, wo er lang geht. Vielleicht könnte ich ihn in irgendeine Halle. Dann geht er weg. Wo geht der Tunnel? Nein. Da ist das, denke ich. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Die Sicherheit ist. Wie lange dauert es? Es gibt keinen Ort, der mich hier an. Ich kann das mit Schmuck aufhören. Das heißt, ich kann sie mich annehmen. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Oh, die sind nicht in die Sonne. Ah, ich muss das nicht mehr sehen. Also, er sieht ihn nicht. Er ist im Schattenbereich. Und das hier ist. Gerade so an der Grenze. Gerade so. Ah, nee. Und die Sonne nicht hin. Scheiße. Ich muss das nicht verletzen. Ich muss das nicht verletzen. Ja. So. Und ich gehe mit dem Wurschen. Und das geht ja auch nicht. Ich könnte höchstens die beiden Typen, die da hinten an der Seite sind. Die kann ich auch nicht kennen. Oh, das ist echt tricky. Alles in die Ehrlinge. Ah, klar, dass du mich jetzt hast. Ich bin nicht in die Ohren hier gelaufen. Hübe! Ja, was ist das? Ähm, hallo. Ich bin zehn Ochsen oder irgendwas, was ich machen kann. Ich muss so machen. Ich muss so machen. Ich bin so nüscht. Nüscht. Nichts. Ich bin so süß. Ja, ich bin so süß. Wenn ich jetzt sie mir schauen. Oh nein. đã tho pamathe und war. Ich bin so süß. Oh nein. Ich bin so süß. Oh nein. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Jetzt bin ich so süß. Ich bin so süß. Das ist eine kurze Zeitige Ablenkung. 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 Das ist eine kurze Zeitige Ablenkung.